Online ist das neue online. Hallihallo, ich bin Web-Veteranin und Digital-Detox-Pionierin Anitra Eggler. Hand aufs Herz. Macht's dich glücklich, wenn du siehst, wie vermeintlich glücklich das Leben deiner Ex-Partner auf Social Media weitergeht. Hebt's deine Stimmung, wenn du in den Accounts von Boulevardmedien liest, welcher Tinder-Killer jetzt als Uber-Fahrer sein Unwesen treibt. Wenn du sagst, ja, also solche Accounts und ganz besonders die von meinen Ex-Partnern, die machen mich einfach glücklicher, dann kannst du dir den heutigen Screen-Life-Balance-Tipp ersparen. Wenn du sagst, nee, ehrlich gesagt, also die News von meinen Ex-Partnern und auch die News von ein paar anderen Leuten, insbesondere auch die von ein paar News- Accounts machen mich nie glücklich, dann bleib einfach dran. Dass wir ständig dieses Leben der anderen weiterverfolgen müssen, dieses, dass es nie vorbei ist im Digitalen, das ist Fluch und Segen zugleich. Nachdem wir in der letzten Folge, vergangene Woche dein Handy aufgeräumt haben und es von allen Apps befreit haben, die dich nicht glücklich machen und die du in den letzten drei Monaten nicht genutzt hast, widmen wir uns heute deinen Social-Media-Accounts und machen dort einen emotionalen Großputz. Auch hier gehen wir wieder Marie Kondo-Style vor. Die japanische Aufräumgöttin hilft uns auch hier. Ich finde diese Marie Kondo-Frage, die man sich beim Aufräumen zum Beispiel vom Kleiderschrank stellen soll, hervorragend geeignet für jegliche Art von News und Social-Media-Accounts, WhatsApp inklusive natürlich immer. Also frag dich einfach mal, macht mich die News von diesem Account oder von diesem Menschen glücklich? Bereichert sie mein Leben? Und wenn die Antwort Nein ist und wenn die Antwort Mal so, Mal so oder hmm, hmm oder wenn du gar keine Antwort hast, lösch diesen Account. Deine Lebenszeit ist zu schade für alles, was dich nicht glücklich macht, was dein Leben nicht bereichert. Social-Media-Accounts rauben uns jede Menge Lebenszeit. Viel davon gehört zu simpler Unterhaltung und das ist ja auch völlig in Ordnung, dagegen ist nichts zu sagen. Aber die Accounts von Ex-Partnern oder noch schlimmer, die Accounts der neuen Partner von Ex-Partnern, die gehören definitiv nicht zu den Zutaten dessen, was dein Leben glücklicher macht. Also ist mein liebevoller Tipp für dich heute, mach mal emotionalen Social-Media-Großputz, lösche sämtliche Accounts, die dich nicht glücklich machen und blockiere Accounts, die dich nicht glücklich machen, wenn Blockieren die einzige Möglichkeit ist, diesen Kontakt abzubrechen. Dann sind wir uns mal ganz ehrlich, dieses, ich will nur mal ganz kurz gucken, so in meinen archivierten WhatsApp-Chats, wer hat eigentlich ein neues Profilbild? Oh, ein Ex-Partner hat ein neues Profilbild, oh, da ist ja die neue Lebenspartnerin oder der neue Lebenspartner mit drauf. Oder dieses Reininterpretieren von irgendwelchen Filmen in kryptische Statusmitteilungen, das Verfolgen der Storys von Menschen, die vorgeben, dass ihr Leben wesentlich schöner und wesentlich glücklicher ist als deins. In Wirklichkeit weißt du, dass es eigentlich nicht stimmt, trotzdem zieht es einen runter. Also ich meine jetzt diese ganzen Top-Influencer, frag dich doch da mal wirklich, welche News von welchem Account bringen dich weiter im Leben? Welche heben deine Stimmung, anstatt dir ständig vor Augen zu führen, dass dein Leben anscheinend viel weniger erfolgreich, glücklich und glamourös ist, weil du jetzt gerade nicht auf dem Malediven bist und nicht Werbung für irgendein Produkt machst, das du in Wirklichkeit gar nicht brauchst. Mach Social Media Großputz mit der simplen Frage, macht es mich glücklich, diese News zu sehen? Bereichert es mein Leben? Und wenn nicht, weg damit. Fühl dich befreit und befreie dich davon. Und einen weiteren Tipp hierzu noch, gerade was Ex-Partner betrifft oder Menschen, die du einfach nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, lösche die Kontakte. Falls in einem unwahrscheinlichen Fall du einen Menschen heutzutage wiederfinden wollen würdest, weil du dringend müsstest, würdest du den Menschen auch finden, dank dem Internet und der Tatsache, dass das Internet nichts vergisst. Also hab keine Angst, mach den radikalen Cut, um dich emotional tatsächlich zu befreien von allem, was dich nicht glücklich macht. Ich hoffe von ganzem Herzen, dieser simple Tipp macht dich heute glücklich. Wenn du mehr von so einfachen Tipps haben möchtest mit Sofortwirkungscharakter für deine Screen-Life-Balance und mit einem schönen, gesunden Digital-Detox-Faktor, dann lad dir doch meine Digital-Detox-Challenge runter. 30 Tipps für 30 Tage. Ein super Geschenk auch für Freunde, Kollegen, Familie. Ich hab ein kostenfreies E-Book zu dem Thema für dich zusammengestellt. Es sind 14 oder 15 Seiten mit allem, was du dafür brauchst. Viel Spaß heute beim emotionalen Social Media und News-Putz und bis nächsten Mittwoch. Mach's gut. Bis dann. Sei glücklich. Tschüss. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.